Herzlich willkommen bei Unterstrom. Hier geht es um spannende Menschen, die Teil der Energiezukunft sind und uns erklären, wie sie diese aktiv mitgestalten. Ich freue mich heute Besuch im Doppelpack bei mir im Studio zu haben. Einmal Franz Bergthold, Elektrotechnik-Ausbildner und Aaron Imler, Elektrotechnik-Lehrling bei Ilverke VKW. Sie beide erzählen uns gleich mal Interessantes über die Lehre, über die Ausbildung, den Arbeitsalltag und auch die Möglichkeiten, die Lehrlinge bei Ilverke VKW erwarten. Schön, dass Sie da sind. Hallo Franz, hallo Aaron. Hallo Isabella. Franz, du bist Elektrotechnik-Ausbildner, du bist Elektrotechnik-Lehrling, Aaron. Stell dir vielleicht einfach mal abwechslungsweise kurz vor und vielleicht noch kurz dazu, wie euer Werdegang war, Franz. Also mein Werdegang ist gewesen, dass ich Elektroinstallatur gelernt habe. Dann habe ich 15 Jahre, habe ich in der Elektroplanung mich weiterentwickelt. Dann habe ich nach, und dann bin ich vor fünf Jahren bin ich dann Barillwerke VKW als Ausbilder, habe ich dann dort angefangen. Durch die Tätigkeiten in diesen 15 Jahren habe ich mir sehr viel angeeignet im Bereich Elektrotechnik und Elektronik und das kann jetzt in der Ausbildung sehr gut einsetzen. Franz ist dein Ausbildner, Aaron. Vielleicht noch kurz zu dir. Zuerst war ich in der Landwirtschaftsschule, danach war ich schnuppern als Maurer und war auch schnuppern bei der Ilverke VKW. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich mich beworben und habe die Lehrstelle bekommen. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr und ja. Franz, worauf wird denn bei euch bei der Elektrotechnik Lehre bei Ilverke VKW ganz besonders wertgelegt? Also wertgelegt wird bei uns, dass Mathematik sollte sattelfest sein und das Interesse am Lehrberuf. Das sind die zwei Hauptthemen, die eigentlich für uns sehr, sehr wichtig sind. Und ihr habt auch eine Art Rotation im Unternehmen dann, oder? Genau. Also wir haben die Ausbildung in der Lehrwerkstatt. Das ist ungefähr die Hälfte von der Lehre und die andere Hälfte von der Lehrzeit geht man in alle Abteilungen, wo eigentlich in der Firma Lehrlinge schlussendlich dann übernehmen werden. Ganz spannend. Aber nicht nur das. Ich habe gelesen, es gibt auch einen Lehrlingsaustausch, Aaron. Den durftest du in Dänemark machen. Erzähl einmal, wie war das für dich? Ja. Also ich habe mich da beworben beim IFA, dem internationalen Fachkräfteaustausch und habe da glücklicherweise gleich eine Zusage bekommen, dass ich einen Monat in Dänemark verbringen konnte. Ich habe dort neue Erfahrungen sammeln können, andere Arbeitsweisen sehen und mich persönlich weiterentwickeln. Und ja, es war sehr interessant und eine coole Zeit. Franz, welche Chancen und Möglichkeiten, also jetzt abgesehen von so einem coolen Lehrlingsaustausch, bieten Ilverke VKW für die Lehrlinge sonst noch? Also was wir bieten, die Lehrlinge, die bei uns den Abschluss machen, die übernehmen wir dann fix in die Abteilungen. Und durch die Rotation in den Abteilungen schauen wir, wo die Stärken der Lehrlinge liegen. Und wenn natürlich am Lehrende, nach dem Abschluss, an dieser Stelle natürlich eine, also eine Stelle frei ist in dieser Abteilung, dann können Sie dort in dieser Abteilung natürlich gerne anfangen. Aaron, was gefällt dir derzeit an der Lehre am besten? Ja, die Rotationsmodelle mit der Lehrwerkstatt und den Außenstellen ist sehr cool, da man die verschiedenen Außenstellen näher unter die Lupe näher kann und sehen, was ihm am besten gefällt. Mir persönlich gefielen die Projekte im Kraftwerk sehr gut und die Arbeiten im Außenbereich, wie zum Beispiel Traferstationen aufstellen und Verteilerkästen. Wenn jetzt junge Zuseher Interesse haben, bei Ilverke VKW eine Lehre zu machen, wo könnte man sich darüber informieren, Franz? Also wir machen ab Mitte Jänner haben wir wieder unsere Schnuppertage. Am 2. Februar haben wir dann unseren Infotag im Energiecampus Bregenz. Dort kann man sich die Lehrwerkstätte dann direkt anschauen. Und natürlich auch auf unserer Homepage sind auch alle Termine, die demnächst sind, im Prinzip ersichtlich. Aaron, du bist jetzt mittlerweile schon im dritten Lehrjahr, hast du also doch schon einiges deiner Erfahrung gesammelt. Was würdest du potenziellen Lehrlingen mit auf den Weg geben? Also sie sollen in vielen verschiedenen Unternehmen und Bereichen schnuppern gehen, da es wichtig ist zu wissen, in welchem Bereich man später mal arbeiten will. Jetzt haben wir doch schon einiges über die Lehre gehört, Franz. Dein Part ist ja der Ausbildner des Ganzen, Lehrlingsausbildner. Wie schaut so dein Arbeitsalltag aus und wie ist der Teamgeist bei euch? Also bei uns wird gestartet um 7.25 Uhr. Dann beginnen wir mit Theorie. Dann gehen wir über in die Praxis. Entweder ist das ein Aufbau, was wieder abgebrochen wird oder konkrete Projekte, die dann wie zum Beispiel einen Schaltschrank, der dann im Unternehmen verwendet wird. Am Mittag können wir in unsere fantastische Küche Mittagessen gehen und dann wird am Nachmittag wieder weitergearbeitet an der praktischen Übung. Und dann am Abend ist um halb fünf Schluss und dann gehen wir nach Hause. Am Freitag ist es um 12 Uhr schon fertig und dort beginnt unser Wochenende. Und der Teamgeist bei uns in unserem Team ist sehr groß. Wir gehen ein paar Mal im Jahr, treffen wir uns und gehen gemütlich am Abend etwas essen oder was trinken. Wie ist es unter den Lehrlingen, Aaron? Die Arbeit in der Lehrwerkstatt ist genau die gleiche wie beim Ausbildner. Und wenn wir in den Außenstellen sind, beginnen wir die Arbeit meistens um 7 Uhr. Und zum Thema Teambuilding hatten wir im zweiten Lehrjahr ein Lehrlingsprojekt, wo alle Lehrlinge aus Van Danz und Bregenz im zweiten Lehrjahr ein Hochberg gebaut und aufgestellt haben. Wie sieht denn die Zukunft aus der Lehre bei Ilverke VKW? Gibt es da im Moment Neuerungen, und soweit ich weiß, oder? Also wir werden die Lehrausbildung neu strukturieren, weil eben die Anforderungen an die Jugendliche und an die Lehre sich sehr geändert haben. Wir werden einfach versuchen, dass die Lehrlinge motiviert werden und motiviert bleiben, damit die Lehrausbildung erfolgreich abgeschlossen werden kann. Darauf steuert der Aaron schon zu. Wie lange dauert die Lehre noch bei dir bzw. was hast denn du für Zukunftspläne? Also ich bin jetzt im dritten Lehrjahr, habe das vierte noch vor mir. Und im Frühjahr 2025 habe ich die LAP, die Lehrlingsabschlussprüfung. Und ja, das ist mein Ziel. Das vorläufige. Ja, das vorläufige Ziel. Dafür jetzt schon mal viel Glück. Jetzt haben wir schon einiges über euch und euren Arbeitsalltag gehört und euren Background. Wie schafft ihr das, dass ihr auch in der Freizeit einen Ausgleich findet, Franz? Also mein Ausgleich besteht darin, dass ich mit dem Fahrrad schon in die Firma fahre, jeden Tag. Und das ist für mich eigentlich fast Ausgleich genug. Und ab und zu daheim, am Wochenende gehe ich gerne mal wandern, spiele mit meinem Sohn ein bisschen Fussball oder genieße es auf der Couch. Okay, und du schnappst dir das Fahrrad auch bei Minusgraden? Genau, bei jedem Wetter. Hut ab. Aaron, wie ist es bei dir? Ja, bei schönem Wetter komme ich auch mit dem Fahrrad in die Firma. Zum Ausgleich, ich bin beim Skiverein aktiv und beim Musikverein Bildstein dabei. Und meistens am Abend helfe ich meinem Vater noch im Stall. Wir haben einen Milchviehbetrieb mit rund 25 Milchkühen. Also dir wird auch nicht langweilig. Nein. Wir sind jetzt leider schon am Ende unserer Sendung. Sie heißt ja Unterstrom. Deshalb auch noch an euch die Abschlussfrage. Was bedeutet für euch Energiezukunft, Franz? Also Energiezukunft, das ist die erfolgreiche erneuerbare Energie einzusetzen. Das ist wirklich zu verwirklichen, dass wir in Zukunft im Prinzip Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen erreichen werden. Und wie ist es bei dir, Aaron? Ich schließe mir der Meinung von Franz an. Energiezukunft bedeutet für mich, innovative Lösungen für die Energieversorgung zu finden. Und die Lehre bei Ilwerke VKW gibt mir das Rüstzeug, um an dieser spannenden Zukunft teilzuhaben. Ich wünsche dir, Aaron, auf jeden Fall alles, alles Gute für deinen Lehrabschluss. Und dir, Franz, alles Gute bei der Neuaufstellung der Lehre bei Ilwerke VKW. Ich bedanke mich auch herzlich für den Besuch im Studio. Danke. 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 Danke.